Willkommen bei Malida und zufolge ich glaube 75 von Grounded mit Stone hi hi Achso ja genau ich habe jetzt im Off auf jeden Fall da hinten bei dieser komischen Donkey Burg habe ich versucht da so eine Art Brücke zu bauen aber die kennt Stone auch noch nicht kommen wir gleich zu nur was ich dort aber gefunden habe war Schwarzpulver Klumpen den müssen wir noch analysieren und dann wollen wir ja noch einmal damit wir auch Bomben bauen können einmal in den roten Ameisenbau und vielleicht finden wir ja auch die Königin der wir dann diesen saftigen Apfel Sandow hier verbrechen können keine Ahnung was das dann ist und ich habe die auch noch nie gesehen aber mal gucken was wir jetzt hier bekommen Leuchtfackel und knallige Geschosse Leuchtfackel Leuchtfackel Warte mal Ja Nahrtblattgeschosse 10 Bombe Level 3 Sieht ja aus Stacheln der Klettern, Schwarzpulver Klumpen und Pirz aus Ne, klar ich weiß, pass auf, knallige Geschosse sind für die ähm für dieses Geschützdingen wie brennende Geschosse knallige Geschosse vielleicht muss man die noch bauen jetzt wenn wir Level 3 haben ja ich guck grad ne Schaden machen steinige Geschosse die machen Schaden ne wir müssen eh also diese spitzen Geschosse die machen gar nichts saftige Geschosse auch nichts die knalligen Geschosse machen richtig Schaden aber wie viel produzierst du denn hier wenn du das einmal weil du brauchst dafür stachelige Klette, Schwarzpulver Klumpen und Pilzauswuchs dann kriegst du fünf knallige Geschosse wie brennende Geschosse da bräuchten wir auch ach gut Kochdrüse und so weiter egal ich tue es erstmal hier rein und wir haben die Ameisenrüstung an und dann jetzt einmal in die ja ach hast du Fackel mit oh nee sehr gut äh ich sag nee hab doch eins mit und hast aber auch mit ja ähm warte was ist das für komische schmatzende Geräusche ey ja irgendwo hier ne 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 nachwärts ja ja jo also wie gesagt die rote äh äh Ameisenkönigin ey ich hab die noch nie gesehen äh ist die nur auf eine bestimmte Hülle hier schon oder ich weiß nicht oder ist das jetzt neu durch das letzte Update gekommen das kann natürlich auch hä wir waren hier doch wir waren hier ja ja das ist bestimmt durch das letzte Update 100 Pro hm ähm ähm ja ja hier sind Eierstone da ist die Königin ey das ist durch das neue Update auf jeden Fall äh so was brauchen wir hier oder warte mal ging das nicht einfach mit dem Holzding an hier hier ist das für Geräusche ne geht nicht wa ne da müsste er anzeigen okay dann müssen wir weiter runter okay dann gehen wir jetzt das saftige Ding mal gucken was passiert warte ich muss mir mal kurz heile zu schaden ey wie geil ist das denn ey hier ist ein ganzes Lager von Eiern oh also während ich ihr das Sandwich gebe musst du die klauen hehehe warte mal warte mal biete leckerbissen an ja aber wie geil oh er sagt Stehen verboten Stehen verboten Ameisenfreund Opfergabe Ameisenfreund okay pass auf vielleicht wenn wir jetzt ein Sandwich geben dann ist dann sagt sie ja gut kannst du mal da ja ey guck mal hier sind noch mehr oh Gott wir brauchen die alle okay so ja ich gebe ihr hm du kannst diese Ameisen nur einmal eine Opfergabe darbringen bist du dir deiner Wahl sicher warte stopp mal das zweite kennen wir gar nicht okay ich kann jetzt nur diesen okay pass auf zack oh hier rotes Ameisenbaby ein Haustier ist das oh geil Ameisenbotschafter habe ich Mutation du auch ja 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 aber wir kriegen hier sogar ein Ameisenbotschafter kann ich das mitnehmen yo jetzt könnte ich das wir können die ganzen Eier mitnimmstern nice deal okay nice deal wir nehmen die alle mit ich weiß ja wir brauchen aber nichts ey du hast auch Ameisenpheromone oder so mitgenommen rotes Ameisenbotschafter okay äh ja okay kommt jetzt das erste mit geil nice du musst ein bisschen die Zeit beachten ja das ist zäh nice ja ja wir rennen jetzt einfach nach Hause die Eier nehmen wir jetzt auch mit mit ja ja ey aber geil gemacht das ist kam muss das neueste update sein ne ja ja wirklich ja und heißt das jetzt eigentlich nicht gut wo sind wir nicht angekommen von hier mal das war bei diesen alle tot hier haben wir die brocke und die kopf aber jetzt wuchert es schon hier drin wo sind wir hergekommen ja ja hier ist es aber das war nicht so gut so was ich gemacht habe das geklappt ja ich sollte keine ausgleichen die ameisenkönigungen wir sind buddies wir sind buddies geht es hier raus wir sind buddies wie ist es aus hause da er ist nahe ist jetzt kommt es sich öfter vorbeigeben dann hat sie da bestimmt immer wieder eier und da kann man dann mit glücklicher es gehen das da braten wir brauchen auch eine karsbrocken stimmt ich tue erstmal was ich schon habe da rein die gehen ja super schnell weg die die haltbarkeit von eiern trockener gras trockener gras ja das man hat nicht viel zeit und ich habe ein bisschen trockenes gras ich tue das gras einfach um acht ja ich habe trockenes gras reingetan in die in die ja jo got it ich kann glaube ich auch noch eine machen mal zählen hier mal fünf weisen vielleicht muss ich auch obs einmal aktualisieren oder so ich habe jetzt auch wieder ein paar rucklei ok so warte zack zack ich muss das noch analysieren die haben eine chance die pheromone da ne ok ok zack 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 eine rote ameisenkönigin couch und rote ameisenkronleuchter Ein schnell angreifendes Symbol des Königshauses. Perfekt, um eine Horde zu dir zu beschwören. So, ich hab das hergestellt. Nein. Warte, wo ist das denn jetzt? Da ist das. Mal gucken, was passiert. So. Sechs. Aber ich geh erst im Haus raus. Hier ist das Zepter. Oh, nice. Kannst du damit, ja? Nee. Das ist die Baby. Nee, ist also... Hä? Quatsch, hat er jetzt nicht da? Ein schnell angreifendes Symbol des Königshauses. Perfekt, um eine Horde zu dir zu beschwören. Vielleicht nur, wenn ich auf irgendjemanden drauf haue. Ja, gut. Müsste man im Kampf mal ausprobieren. Ja, oh, Mensch. Weil so macht er... Eine Ahnung, was jetzt macht er. So macht er jetzt momentan kaum Schaden, ne? Kann ich jetzt noch verbessern? Okay. So, und die Couch. Wo ist die denn? Tastes gut. Ja, du brauchst auch wieder rote Ameisenkönig, Pheromone, Milbenpelz, Bärenleder, das andere haben wir. Nur die Pheromone. Hab ich noch welche? Warte, hey. Nee, kannst du reintun. Äh, mache rein. Ist rein. Warum habe ich plötzlich Spinnegift in meinem Infantar? Ja, hier war auch das Dingsbuss-Gift drin. Hast du jetzt rausgenommen? Das tödliche Gift. Oder ist das hier drin? Nee, ist hier drin. Ach, du hast sieben. Hä? Sag doch. So, wir brauchen unser Chili-Milli. Wo kommt die Couch zu tun? Ich verstehe nicht, warum ich plötzlich so viel komische Sachen in meinem Infantar oder. Oder doch erstmal hier unten hin. Warte mal. Ja, pass mal. Packen wir erstmal hier hin. Oh, er kommt denn schönes. Nice. Was war noch neu? Nee, wir brauchen noch nicht, ne? Also, wir haben das Ameisen-Sofa ist jetzt am Start, ne? Na, warte mal, warte mal. Achso, ja stimmt. Jetzt ist hier diese Ameisen-Baby, ne? Jetzt müssen wir doch noch eine Hütte bauen, Stone. Doch noch. Ja, wir hatten noch mal eine Hütte, weißt du? Ja, da... so. Ach, den Kültchen kann man sagen. Nein, nein, nein. Nein, nein weiß, nein. Kommt wieder aus, ne? Hast du Kültcher schon gebaut? Äh, hatten wir den nicht gebaut? Ich glaube noch nicht, ne? Wir sind langsam eng. Wo ist denn... Ihr solltet nichts hinbauen? Ja, hinbauen, nicht, ey. Was willst du mehr? Was willst du mehr? Jetzt können wir da irgendwie Essen reintun, das musst du dann länger halten, ne? Du kannst smart, schnell, glücklich sein oder nur etwas Möbel. Kein Rezept. Wir haben nichts an Zutaten. So. Erst stimmt, ich wollte noch das Haustier-Dingsbums bauen. Wo ist das da? Ciao. Hier lebt kein Haustier. Haustier erkannt. Haustier ablegen. Was? Haustier nehmen. Ich verstehe jetzt nicht, was wir wollen. Umbenennen. Ameisenbaby. Ameisen-Ambo. Ich habe jetzt hier, warte mal, warte mal, warte mal. Haustier, Kleidung. Ach, wir können doch... Kleidung, Kleidung, Kleidung. Jawohl, Kleidung. So, warte mal, wo ist das? Da, kleiner Feuerhelm. Kleiner schwarzer Helm. Kleiner roter Helm. Ähm. Widerstand? Ne, da machen wir den ja. Herstellt. Ah. So, Ameises Kleidung. Bam. So, du kannst auch mal zu der Hütte gehen, vielleicht erkennst du den, kannst du auch den Namen sehen. Wo ist jetzt die Ameise? Hat die jetzt... Die hat den Helm noch nicht auf, oder? Doch. Die hat den Helm auf. Haus von Kiffchen. Hahaha. 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 Aber irgendwie kommen wir da wohl auch... Also der hat jetzt auch, äh, was auf. Kiffchen rufen. Hahaha. Kiffchen rufen. Hahaha. 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 Kiffchen rufen. Hahaha. Wo hab ich gerade alles Saft gelassen? Ich hatte doch... Saft vorher. Okay, aber den müssen wir aber hier lassen, ne? Nicht, dass der irgendwie stirbt oder so, ne? Äh. Das... Rüdehaut. Ne. Okay. Ich weiß nicht, findet der den Weg nicht zu seinen Dingen? Komm mal mit. Komm mal mit, Kiffer. Kifferchen, komm. Komm. Hm. Ach, der hat auch ein Backpack bei, quasi. Okay. Warte, ich gehe nochmal weiter weg. Vielleicht kommt der gleich. Oh, Marvin. Ne, er kommt nicht. Guck mal her. Ne, ne, ich seh der. Ja, ich weiß. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Ja. Ah, jetzt kommt er von hier. So, warte mal. Jetzt kann ich ihn vielleicht in das Haus ablegen. Zack, ablegen. Ja, jetzt bleibt er hier. Jetzt passt er auf, ne? Äh, jetzt... Nice. Ich weiß. Sehr gut. Das war doch easy, ja. Ja. So, schön draußen bleiben, Kifferchen. So, jetzt wollen wir zur Burg einmal. Dann zeige ich dir einmal, was ich da gebaut habe, Stone. Ja. 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 Das brauche ich noch ein bisschen... Ich hole mal drei Bratwumst mit, ne? Ja. Neh mal, was ich brauche. So, erst nehmen wir uns auf den Weg, oder was? Ja, ich hab noch drei die... Ah, andere Rüstung. Stopp, ich muss mal eine andere Rüstung wieder anziehen. Ja. Ja, alles klar. Weil ich weiß nicht, was uns da erwartet, wenn in dieser Burg da wirklich vielleicht irgendwie dieser Director Schmacktoys, ne? Dann haben wir bestimmt wieder Spaß. Ich bin gespannt, was du da ausgedanzt hast. Das ist einfach... German Engineering, ne? German Engineering. Also jetzt nicht kreatives, sondern einfach nur solide Handwerkskunst, ne? Oh, man. Äh, müssen wir den Wendel eigentlich holen oder nicht holen? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht hohen wir ja. Du meinst du? Ja, du kannst du morgen arbeiten. Ja, warum nicht? Da hilft doch mit. Da schießt doch auf. Aber das wollte ich eigentlich rüber schicken, aber das ging diesmal gar nicht. Na, guck mal, ich kann es nicht rüber schicken. Okay. Aha. Keine Ahnung. Dann lassen wir hier. Na. Konntest du auch nicht, ne? Nein. Dann... Ich glaube, wir brauchen eine Wegeleid. Diese Bombe. Die machen ordentliche damage. Dann ist so eine ganze Gruppe weg. meint jetzt im bratwumst oder mal zu diesem ja immer wenn ich den mann ja immer wenn ich den auf irgendeinen gegner geworfen habe dann hat er aber nicht so viel der mensch gemacht also was wir machen müssen ist glaube ich doch da ein zwei geschütze hinbauen vielleicht und dann vielleicht schon irgendwie eigentlich am besten alles einbauern und dann so eine art tower defense mäßig ja 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 also habe ich jetzt eigentlich seile mit ja sein habe ich mit ach diese roten ameisen die gehen mir so auf die nüsse dass sie so dass sie immer direkt angreifen er kann es sind es war zu ehrlich das schlachtfeld der schande hier muss dieser kopf er ist zu blab aber weh Ach so, die gehen alle auf dich. Du hast die Ago. Ey, ich glaube, du bist da vorne. Warte mal. Ich muss mal aktivieren. Und ich bin der Neue. So. Ja, der kann auch was tun, weißt du? Nur weil er jetzt nur ein Schrumpfkopf ist, braucht er nicht denken, dass er hier kein To-Do hat. Solange er nicht irgendeinen Schein von Dr. Holiday hat. Ah, nein. Da komm, Klippe runter. Oh, die Feuerwehrmeister muss das auch. Ja, ich weiß, ich weiß. Na stop, du bist ein bisschen braten, ne? Was hören wir hier? Das ist wie das auch. Oh Gott, ist er schon wieder. Der rastet auch völlig aus. So, da müssen jetzt nur noch kleine Feinheiten gemacht werden, was ich da gebaut habe. Ja, jetzt nichts Kreatives, sondern einfach wirklich nur solide Ingenieurskunst. Also, vielleicht sollte ich jetzt mal eine, ach so, falsche Tasse, äh, kurz mal eine Mutation mal umswitchen. Ach so, mansteriöser fremder Ameisenbotschafter. Dein gütiges Auftreten und Handeln ist wie eine Brücke zwischen den Arten und hat dir einen Platz unter den Ameisen verschafft. Ameisenmensch plus. Was bedeutet das jetzt? Ach, vielleicht greifen uns dann die Feuerameisen auch nicht mehr an. Ich weiß es nicht. Können natürlich sein. Ich bin mir nicht so sicher. Na, ich auch. Was brauchen wir denn noch? Ich weiß es nicht. Hint das Blaue her? Hier sind Bären dran. Aber jetzt nicht so viele, als dass sich das lohnt, glaube ich, ne? Weil dafür würde ich echt zur Hacke gehen. So. Was steht, was steht? Musst du? Ja, was halt so passiert. Oh, nice. So, ich wollte hier vorne, aber wir müssen hier aufpassen, ne? Komm erst mal zurück. Weil die Brücke nimmt ja durch, dass es blatt ist, natürlich schnell Schaden. Ja. Das ist ein bisschen wie in, äh, Indiana Jones. Ja. Die Brücke in Litho, komm. Komm. Okay. 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 So. So. gemacht schön mit kälte da fehlt noch und hier muss ich noch ein bisschen muss ja alles eine deutsche sicherheit aber es ist nicht so iso norm lasse tüffer dann die abgenommen hier ich glaube mehr habe ich nicht also habe ich noch nicht habe ich habe keine seile mehr du hast auch keine okay was auch sagen bis hier ist tüff abgenommen alles andere kommen wir nicht hoch nein wir brauchen eine treppe nein ist doch nicht darin ernst oder doch ist darin ernst nein ich will das shoppen das gibt es nicht mit dem mausrad ein mausrad macht es gut da hast du das glaube ich falsch gerade auch gottchen das war so umkart und stänger oder hast du noch das ist ja mit pilze das steht dabei man muss aus ja für die pilzziegel müssten wir tatsächlich nach hause und eichelschale und grausplatten könnten wir natürlich auch da gibt es noch pilzziegel only reichel unkraut da muss so machen ja wo es dann oh mein gott zwei mentis am kämpfen da noch eins ja und grasplatten auch wenn dann machen wir das hier schon stopp mal kann ich nicht auch habe ich beide aufgenommen jawohl so dann machen wir das schon richtig hier zack so wir brauchen vier grasplatten und ein unkraut stelle habe ich saft mit gar nichts da läuft eben was ist das für eine spinne ach die mutierte problem ist es aber weder unkalt die mutierte sich auch dahinten ich glaube die hummel hat schon an vergorten früchten genaschen ja ich gehe jetzt einfach mal hier ist doch löwenzahn das ist auch unkraut stengel oder nicht ja ich habe hier unkraut stengel also wo ist das ding dort immer noch nicht gefunden von mehr tragen mehr tragen hast du noch nicht so wieviel brauchen wir jetzt ich habe 5 bei du hast grasplatte ja was auch dann lass uns einmal hier beim auto treffen weil können wir erst einmal mit der folge 75 glaube ich ist das ja einmal feierabend machen ich glaube am sichersten war man im auto oder wo ist man hier am sichersten im auto glaube ich ok da gehen die grasplatte das ist doch ein dreier haben wir da ja hier ist saure klumpen die brauchen wir noch was ist das hier also ich bin hier drauf gejumpt hier auf den reifen hier schafft man das was schafft man von der seite ich weiß nicht ob von da ja ok also wir erstmal hier kannst du die am abbauen ja ja also wer ist es wäre alles klar dann war es noch mit folge 75 und dann gucken wir jetzt in der nächsten folge gehen wir dann mal in diese komische donkey gburg da rein und mal gucken was uns da erwartet. Also jetzt haben wir eigentlich ja noch Unterstützung hier. Der Wendel macht Action, ne, macht Schaden. Unsere Mantis macht Schaden und keine Ahnung, dann hole ich irgendwann mal das Zepter raus und dann kommt eine Ameisenarmee. So ist der Plan. Also, vielen Dank fürs Zusehen und über ein Like, Abo und Kommentar würde ich mich freuen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.